Okay Leute, es geht weiter. Ja, es gibt eine neue... Ich fang hier beim Kampf an. Und wollte euch noch erzählen, was ich alles jetzt gemacht habe mit den Charakteren... Schließt Ferne in den Kopf? Höre, Alter. Okay. Angriff. Kann mehr mehr. Also ich hab für ihr alle Ausrüstung gekauft, weil... Man hat ja gesehen, ich hab echt erbärmlichen Schaden bei den Gegnern gemacht. Und den Gegner nehme ich auch hoch. Leck mich doch. Kann mehr mehr her. Kann mehr mehr her und du machst mal Fesslungswelle. Wieso machst du das jetzt? Egal, jetzt kann ich mir zeigen, das ist mir kurz. Geh rein. Hab ich jetzt Schaden genommen oder was ist da gerade bei mir abgezogen worden? Gestirbt man. Kame, Kame, Hame, Hahahaha. Endlich. Unser Kugo hat ein Level Up bekommen, wollte ich nur kurz erwähnen. Und dann schnell jetzt auch. Also wenn ihr das sehen wollt, Ausrüstung. Hier. So hab ich die jetzt ausgerüstet und... Naja, sehen wir mal. Wie ich jetzt mich bei den Gegnern schlage. Ach, leck mich doch, Mann. Kam ja mehr her und du machst mehr vom Angriff. Stirb. Ja, Leute, ich... Boah, wie ihr seht, man muss ja leveln. Ja, jetzt kommt vierfach den Schnatz. Stirb. Oh. 169 Schaden, gut. Jetzt spürst du meinen Kamen her. Ich hab da eine Idee. Rengeki. Kombination und Dumas. Heftiger Angriff. Ich glaube, Saugug und Krillin können gleich eine Kombo starten. Zusammen. Okay, aber er ist schon tot. Welke Karotte. Oh, nicht du wieder. Kam ja mehr. Kam ja mehr her. Das. Stört, Mann. Einfach sterben. Dich will keiner hier sehen. Echt nicht. Ist ja gerade ausgewichener Bastard. Dreifachstrahl. Komm, jetzt musst du sterben. Du Hund. Machen wir alle mal Normalangriffe. Ja, ich wusste es doch. Okay. So und so. Welke Karotte. Doppeltrank. Okay, da geht's weiter. Ach, scheiße. Jetzt muss ich wieder zurückgehen, oder was? Um die ganzen Kisten zu holen. Was bist du für ein Teil. Sie erinnert mich irgendein Zell. Von der Form her so. Wieso weichst du das aus? Du Hund. Verräg. Okay, der ist viel schneller gestorben als die anderen. Das ist gut. Der gibt auch weniger Erfahrungspunkte. Okay, wie viele Karotten habe ich denn jetzt schon? Bestimmt keine tausend. Das dauert sowieso noch eine lange. Scheiße, habe ich gerade... Okay, Zornanzeige. Okay, der obere ist gleich tot. Haufe ich jetzt mal. Na, gebe ein Kombo. Du machst dreifach Strahl auf ihn hier. Der obere ist tot. Das weiß ich. Okay, ich sage ich ja. Alle auftänzchen an der Hunde. Alle. Stirb. Das ist ja 100. Hm, okay. Achso, okay. Dann muss ich extra da hoch. Hm, okay. Dann muss ich extra hier Umweg machen. Meine Schatze... Oh, nein. Komm. Kam ja mehr her. Mehr vom Angriff. Stirb, man. Einfach sterben. Ich habe irgendwas bei ihm jetzt gemacht. Stirb. Man kann den Angriffen... Oh, scheiße. Ausweichen. Ich glaube, ich lese das gleich mal nach. Ich hoffe, man kann das nachlesen. Aber ich muss den vorigen Parts alle einmal angucken. Angriff, 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 Angriff. Oh, scheiße, man. Puh. Okay, Son Goku ein Level up. Dann tänz ich noch nur. Okay. Objekte mit Larebohne für Son Goku. Phönix wieder erlangt. Kältestiefel. Ah, okay. Das ist eine... Eine Kapsule stimmt. Wusste ich da. So. So. Ich muss jetzt wieder zurück. Wie komme ich da hin? Ah, okay. Verstanden. 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 Puh. Kombinationen, du Mars. Heftigen Angriff auf den hier. Puh, stirb. Ich glaube, ich lese das gleich wirklich nach. Ich habe keinen Bock, jedes Mal Schaden zu bekommen. Ich kann die locker ausweichen. Wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde. Normal jetzt angreifen. Ja, gut. Der von mir hat jetzt ein Level up. Keiner. Okay, aber ich kriege Geld. Okay, jetzt kriege ich keinen Schaden zum Glück. Konfrontationsschiene. Feinde nehmen sich... Nehmen dich öfters als Ziel. Was bringt das mir... Warte, das ist eher, glaube ich, zum Leveln. Nehmen dich... Was bringt das mir, wenn die Gegner mich öfters dran nehmen? Ey, das hat... Oh! Das erste Mal, dass ich hinterher nicht angegriffen wurde hier. Nehmen wir vor dem Angriff auf den hier. Stirb, ihr kleinen Rassen. Okay, ich glaube, jetzt werden Schnau und Krillin können gleich eine Attacke machen. Ich muss doch gleich gucken, wie viel Glück ich schon habe. Da kann ich jetzt schon? Ach, kann ich ja sehen. Okay. Ich hoffe, im Video sieht man das nicht. Warte, das kurz zur Seite. So. Raufklicken. So, 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 so. Okay, weg. Hab noch fünf Minuten, so gesagt. Hitzekapseln. Okay. Ähm. Okay, da haben wir jetzt einen Weg gemacht für uns. Da kommen schon die nächsten Gegner. Das tut das auf ihn. Du machst Angriff auf ihn. Und du machst. Mehr vom Angriff auf ihn. Der soll gut in Krieg gleich sein Level ab. Das werdet ihr schon sehen. Ach du Scheiße. Komm, stirb. Keiner hat Bock auf dich. Und weg. Aber eher nicht. Ich hab da eine Idee. Angriff. Angriff und Angriff. Ach, schade. Zwei Level-Ups. Gut. So. Was gibt's da oben? Ach so. Damit ich zum Speicherpunkt kommen kann. So ist das doch richtig. Angriff, 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 Angriff. 67. 42. Abämlichen Spasteln. Ja, Isakir Zell. Isakir Zell hier. Mach den gleichen Movespeat Zell auch noch. Den Weg mach ich mir frei. Speichern. Okay, gehen wir mal rein. Wieso, Leute? Wieso kann's nicht vorbei sein? Oh nein, nicht du wieder. Ich schwör auf alles. Keiner mag dich. Bestimmt keiner von meinen Zuschauern mag dich. Dreifach Strahl. Warte. Okay, es geht weiter. Ich, ähm, ich entschuldige mich jetzt schon, deswegen den Error-Slot-Loading-Ding-Dang. Das kommt, wenn man da Pause macht, immer. Ich will's nicht, aber es kommt, der Scheiße, Mann. Ich will's nicht, der Scheiße, Mann. Stirb. Danke, Mann. Danke. Du hast der Welt einen Gefallen getan, dass du gestorben bist. Okay, jetzt muss ich da. Irgendwie fällt mir dazu nix ein. Ich glaub, ich... Warte, AP hat mich auch noch bekommen. Das muss ich auch mal gleich nachgucken. Wie viel AP die alle haben. Kann ich auch mal irgendwas verstärken? Ja, leckt mich, ihr verdammten Bastardos. Komm, wir haben... Ho! Verdammte Hunde. Okay, gut. Okay, AP müssen jetzt... Ach, heißt das... Ist das kein schwarzer Stein? Mit dem kann man... Ah, der Key-Level muss Level 2 sein. Sieb-A-Band? Ah. Kein Gecki. Angriff, Angriff, Angriff. Der Key-Level muss noch höher werden. Ich glaub, ich muss spät auch wieder hierhin wegen des Schätzen. Leckt mich. Gut. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. キ tert englisch. Aber...